Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Priscilla, dem neuen Film von Sofia Coppola. Ich bin das du und heute an meiner Seite die Lida. Hallo Lida. Hallo. Ich frage das schon öfters und ich kenne die Antwort schon, aber du hast den Film schon vor längerer Zeit gesehen, oder? Exakt und zwar auf dem Filmfestival von Venedig, der Biennale dieses Jahr, lang, lang ist sehr, also nicht so lange, Monat ungefähr, da lief er im Wettbewerb. Hat er was gewonnen? Nein. Gut, dann werden wir jetzt mal klären, ob er vielleicht doch einen Preis verdient hätte. Ich habe ihn heute gesehen, wie gesagt, ein neuer Film von Sofia Coppola und er wurde, hatte ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen damit so beworben, so die Antithese zu Baz Luhrmans Elvis zu sein, der ja letztes Jahr rauskam mit Austin Butler und Tom Hanks. Und überraschenderweise, man würde sich glauben, in diesem Film dreht sich alles um Priscilla Presley. Kannst du uns eben kurz, vielleicht eine kurze, kleine Synopsis geben? Ja, der Film beginnt etwa mit der Bekanntschaft von Elvis und Priscilla, die zu diesem Zeitpunkt noch Teenager ist, sie ist noch minderjährig, wird angesprochen in einer Milchbahn, in einem kleinen Diner und eingeladen zu einer Party von Elvis, der genau wie sie zu dem Zeitpunkt in Deutschland stationiert ist. Also nur noch einen relativ kleinen Kreis an amerikanischen Kontaktpersonen hat und das ist dennoch angeblich der Grund, warum er sich hier ein wildfremdes, viel, viel jüngeres Mädchen einlädt. Er möchte einfach nur mit ein paar anderen Leuten aus seinem Heimatland auch mal umgeben sein auf der Army-Basis, wo er sonst wo auch der Vater von Priscilla nämlich als Offizier ist, glaube ich, oder Pilot ist er genau, wo auch der Vater von Priscilla als Pilot tätig ist. Die beiden kommen sich näher und auch wenn physisch noch sehr wenig passiert und das bleibt auch sehr lange bis zur Hochzeit der beiden, damit nehme ich wohl nichts vorweg, dass Priscilla, dann später Priscilla Presley wird, ist ja altemain bekannt und der Aufhänger des Films. Und wir sehen hier die Beziehung der beiden immer subtil gefiltert durch ihre Perspektive. Wir haben ja also einen zehn Jahre älteren zu dem Zeitpunkt, also Mitte 20, Superstar International, ein Teenager-Schwan, der schon so viele Platten verkauft hat, dass er nahezu unbegrenzt Geld hat, zumindest fühlt es sich so an. Und dieses recht behütet aufgewachsene junge Mädchen aus der Mittelschicht mit einem relativ kleinen Kontaktkreis, das auf einmal in diese Welt gesogen wird und auch feststellen muss, dass dieses Teenie-Idol Elvis nicht nur lichte Seiten hat, sondern auch viel Schatten und vor allem sehr kontrollfanatisch ist. Die Hauptrolle spielt Kaylee Spaney, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die wir nächstes Jahr im neuen Alien-Film auch zu sehen bekommen und als Elvis darf sich Jacob Elordi, ich hab's heute mit Namen, zu sich versuchen. Ich finde aber schon, dass der Titel des Films schon das suggeriert, was auch dann den Titel liefert, nämlich er ist sehr auf Priscilla zugeschnitten und ich muss auch sagen, dass die gute Frau Spaney das auch ganz hervorragend macht. Ich muss aber für meinen Part sagen, dass ich heute eher etwas ernüchtert aus dem Kino gekommen bin. Ist halt wieder die Sache mit den eigenen Erwartungen. Ich hab schon ein paar Sachen im Vorfeld mir anhören oder gelesen und wie ich schon übrigens sagte, der Film wurde so ein bisschen als Antithese zu dem, ja, eskapistischen Elvis von Bess Lerman so hingestellt. Er ist schon stilistisch ganz anders, sehr viel intimer, sehr viel kleiner, man merkt auch sehr deutlich, dass sie keine 100 Billionen zur Verfügung hatten. Was mich aber an dem Film gestört hat, ist seine eklektische Art. Ich kam damit nicht so richtig zurecht. Ich fand, irgendwann hatte der Film einfach ein gewisses Level erreicht und dann dudelte er so vor sich hin und dann am Ende gibt es halt den, ich nenne es mal Befreiungsschlag. Wie hast du den Film wahrgenommen? Mir hat der durchaus sehr gut gefallen und ich denke, es ist ein Film, der umso mehr gewinnt, umso länger man ihn wirken lässt. Zu einem, weil Sophia Coppola schon immer eine große Stärke dafür hatte, mit inszenatorisch eher subtilen Mitteln, wie zum Beispiel Farbdramaturgie, Setdesign, Kostümen und Ähnlichem zu arbeiten. Und dadurch Botschaften zu vermitteln, die nicht unbedingt dialogisch oder durch aufwendige dramaturgische Interaktionen vermittelt werden müssen. Und das finde ich sehr beschickt und auch sehr effektiv. Zum Beispiel sehen wir hier im Prinzip eine Geschichte von Grooming. Es geht darum, wie ein junges Mädchen von einem älteren Mann, und das ist in unserer Zeit durchaus auch nicht nur historisch, sondern symbolisch für die Gegenwart relevant zu verstehen, komplett beeinflusst und nach seinem Bild geformt wird und auch permanent immer glaubt, das wolle sie. Und der Film zeigt sehr deutlich, wie man so junge Menschen, gerade wenn sie eher behütet aufwachsen oder noch nicht viel Erfahrung im Leben hatten, vollkommen manipulieren kann, sodass selbst etwas, was vermeintlich unter gegenseitiger Konsens geschieht, nicht unbedingt konsensuell ist, weil die eine Person gar nicht die Möglichkeit hat, in ihrer Interaktion den eigenen Willen auszuagieren oder schon so, also gerirngewaschen ist ein sehr starkes Wort, aber so beeinflusst ist, dass sie gar kein Bewusstsein wirklich mehr dafür hat, was möchte ich selber eigentlich, weil dafür in dieser Beziehung und in dieser Welt, wo die Leben kein Platz da ist, da gibt es nur Elvis und das ist das Einzige, worum es geht. Und man sieht zum Beispiel durch ihre Drobbe, ihr Make-up, ihr Haar, wie die komplette Figur Priscilla irgendwann nur noch das ist, was Elvis gerne haben möchte und versteht auch zunehmend besser, warum so jemand keine gleichaltrige Frau möchte, die ihm intellektuell und ihre Entwicklung ebenbürtig werde, sondern warum ist so jemand ganz gezielt jüngere Menschen so? Verstehe ich, mir fehlte halt einfach irgendwie ein gewisser Druck, eine gewisse Wucht. Es gibt aber ganz viele subtile, tolle Szenen, gerade es gibt eine, die hast du gerade eben schon angesprochen, so ein bisschen, wenn sie sich mal selbst ein Kleid kauft und er ihr einfach nur sagt, ne ich mag das nicht, das erinnert mich von der Farbe her zu sehr an die Armee. Oder wenn sie schwanger ist und sie erzählt Elvis, hey, ich bin schwanger und das Erste, was er macht, ist ja cool und dann dreht er sich aber um zu seinen Boys und dann wird mit denen gefeiert. Da sind ganz viele so Elemente drin oder Szenen, die das ganz gut unterstreichen, aber es war halt immer wieder das Gleiche und ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass da ein bisschen mehr Kraft drin ist, denn für mich plätschert er das einfach dramaturgisch zu sehr dahin und selbst dann am Ende, also wir wissen ja, wie es endet, von daher würde ich nicht vom Spoiler reden, aber selbst am Ende, wenn es ihr halt gelingt, diese Beziehung, diese toxische Beziehung zu verlassen, wirkte das nicht wie ein richtiger Befreiungsschlag, sondern einfach wie so, ich geh jetzt mal, tschüss. War mir tatsächlich zu wenig, das hat mich nicht wirklich abgeholt. Mehr hätte sicher nicht geschadet, trotzdem lag für mich auch gerade in dieser Enge durchaus eine Zuspitzung und eine gewisse subtile hypnotische Kraft, also mich hat das durchaus bis zuletzt mitgenommen, was auch daran liegt, dass man sieht, wie ihre Welt immer kleiner wird und wie subtil bestimmte Prozesse ablaufen, dass also das, was oft gerade von, wenn solche Fälle an die Öffentlichkeit kommen oder mal kritisch diskutiert werden und da mal von, egal ob es jetzt physischer oder nein, anders, wenn solche Fälle mal an die Öffentlichkeit kommen oder breit diskutiert werden, ist es ja üblicherweise so, dass der Mann in Schutz genommen wird, der Täter und es dann heißt, oh, sie hat das ja gewollt, sie war ja dabei, sie hat das ja selber so entschieden, sie hatte ja jede Freiheit, er hatte ja überhaupt gar keine Gewalt oder so angewendet, sie hätte ja jederzeit sich aus der Situation befreien können oder warum ist sie denn immer wieder in dieser Situation zurückgekehrt oder da geblieben und dass der Film eben genau darauf Antworten gibt, zum Beispiel, wie er zeigt, wie Leute da Helfershelfer sind und die beiden zum Beispiel schon zusammenführen. Das beginnt ja schon mit diesem sehr bizarren Kennenlernen, wo offenbar ein Bekannter, ein Freund von Elvis die Aufgabe hat, durch Bars und Clubs oder Cafés zu gehen und da Teenies zu scouten, die ihn dann auf seiner Party bespaßen. Was ja sehr seltsam ist, dass er also nicht überhaupt selber sich Freundschaften oder Kontakte so, denn es diese Beziehung schon gar nicht irgendwie eine Liebe auf den ersten Blick ist, sondern dass es mehr so ist wie der Wolf, der im Schafspelz so nach anderen Schäfchen Ausschau hält oder dass man eben sieht, wie er sie systematisch von ihren Freundinnen, ihren Kontaktpersonen entfremdet, das aber so Schritt für Schritt und langsam macht, dass es ihr nicht auffällt und dass es auch uns erst nicht auffällt, bis sie irgendwann dasteht und niemanden mehr wirklich hat, mit dem sie reden kann, der nicht eigentlich Elvis-Freund oder Elvis-Zimmermädchen oder Elvis-Familio oder sonst wie ist oder seine Entourage, das ist vielleicht ein gutes Wort, seine Entourage, sondern dass sie völlig isoliert ist. Und dass man auch dann versteht irgendwann, dass dieser Schritt nach draußen und wenn es nur das Wegfahren ist, ganz viel Kraft kostet. Aber ich finde halt, dass sie, also dass er sie weiter isoliert ist, das stimmt auf jeden Fall, aber ich finde halt, ich habe sie nie nicht isoliert kennengelernt. Denn wenn wir sie ja schon am Anfang treffen, hier Wiesbaden, in dieser Army Base, auch da wird ja relativ offensichtlich, dass sie sehr alleine ist, außer jetzt ihre Mutter und ihr Vater. Es hätte mir, glaube ich, auch ein bisschen was gebracht, wenn ich eine Priscilla vorab kennengelernt hätte, die vielleicht ein bisschen glücklicher war. Aber sie ist ja, um es mal wirklich nonchalant auszudrücken, am Anfang erst mal ein richtiger Trauerkloß. Sie ist da in Deutschland, sie findet es ziemlich langweilig, sie wäre jetzt gerne wieder in Texas, wo sie eigentlich herkommt. Ich glaube, mir fehlte einfach so ein gewisses Gegenstück zu dieser späteren, noch krasseren Isolation. Aber ich hatte nie das Gefühl, eine Priscilla zu sehen, die nicht isoliert ist. Ich denke, da liegt eine, wie du richtig sagst, große Auslastung des Films. Wir hätten zumindest einen kleinen Einblick in ihr Leben haben sollen, bevor sie Elvis kennenlernt. Und dann hätte man vielleicht auch besser verstanden, dass diese Isolation, diese Verwundbarkeit und das, was daraus spricht, nämlich auch eine Sehnsucht nach Kontakten, ein Bedürfnis, gerade dazu führen, dass sie die ist, die auserwählt wird, die die richtigen psychischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen mitbringt, weil bei ihr gar nicht so viel gemacht werden muss. Ich denke zum Beispiel, dass, was der Film auch mehrfach andeutet, ein junges Mädchen, das sehr gut integriert gewesen wäre in einen Freundinnenkreis und eine andere Familienstruktur vielleicht gehabt hätte, wo es nicht nur um sowas geht, ist alles moralisch vertretbar. Ja gut, dann ist das in Ordnung und sonst interessiert nicht, was mit der Tochter eigentlich ist, sondern hätte sie Eltern gehabt, die mehr aufrichtiges Interesse für ihr psychisches und emotionales Wohlbefinden aufbringen, dann wäre es sicherlich viel, viel, viel schwerer gewesen, diesen Prozess, den Elvis da initiiert, zu initiieren. Und dann hätte er sich vielleicht auch gar nicht für sie entschieden, was dann natürlich aus Sicht von einer jungen, verliebten, ja, einer jungen, verliebten Mädchen vielleicht tragisch oder traurig, wieso ich habe diesen tollen Rockstar nicht bekommen, aber im Prinzip einfach für ihre Charakterstärke spricht. Ja, ich fand es auch ein bisschen seltsam, wie wenig die Eltern dann noch vorkamen, ab der Hälfte ungefähr. Und ich muss auch sagen, es gab ein paar Momente, wo ich mir gewünscht hätte, dass da das Drehbuch oder die Regie mir ein bisschen mehr erzählt. Es gibt zum Beispiel diese Situation, dass sie ja, wenn sie bei Elvis lebt, nochmal in die Schule muss, weil sie halt eben noch minderjährig ist. Und sie geht in so eine Non-Klosterschule, wie das heißt. Und ihr wird halt klargemacht, sie darf auf keinen Fall Leute mitbringen. Und was muss es für ein Gefühl sein, in einer Schule zu sein, fern von zu Hause und dort keine Freunde zu finden, weil es a. nicht möglich ist. Weil egal, was sie tut, sie ist halt immer die Freundin von Elvis. Das weiß jeder. Und sie kann auch nicht aktiv das einsetzen, sag ich mal, um Freunde zu finden, weil es ist hier verboten. Und das sind so Sachen, über die hätte ich halt gerne mehr erfahren. Und die tauchten aber so auf und flogen dann so weg. Und das fand ich sehr schade. Ja, der Film hätte da definitiv mehr leisten können. Ich denke, da hat sich Sophia Coppola auch ein bisschen in dem verloren, was sie am besten macht, nämlich durch ihr Set-Design zu erzählen. Und das ist wirklich großartig. Wir sehen hier alles in einer rosa-roten Zuckerwatte-Pastellwelt. Und das spricht auch definitiv für die Perspektive, die dieses Mädchen hat, dass sie sich das alles schön fährt, im wahrsten Sinne. Und dann sehen wir aber, umso weiter der Film fortschreitet, wie alles ein bisschen düsterer wird und die Farbtöne auch ein bisschen, ja, ich sag mal, erhänglicher werden. Also, dass sich hier konkret ihr Umfeld verändert, ein bisschen so wie mit eben Real, mit Zucker. Von zu viel wird einem schlecht. Und dass sie dann irgendwann auch sieht, dass sie quasi geködert wird, dass sie wie so eine Maus im Käfig ist. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, in Bezug darauf zu sehen, wie Elvis selbst zum Beispiel abhängig und kontrolliert wird, zum Beispiel durch seinen Manager oder auch seine Mutter, dass man da mehr gesehen hätte, dass auch jemand, der selber abhängig ist und kontrolliert wird, trotzdem jemand sein kann, der ein Abhängigkeitsbehältnis herstellt und Kontrolle ausübt. Dass sich das nicht widerspricht, obwohl wir es oft ja sehen, dass Leute entweder Täter oder Opfer sind, entweder auf der einen oder der anderen Seite. Aber dass die Grenzen da durchaus fließend sein können. Ein wichtiges Element, was der Film aber ganz gut vorgebracht hat, war zum Beispiel dafür, dass eine Beziehung missbräuchlich sein kann, auch wenn Sex nicht vorkommt. Oder sogar Elvis sie mehrfach sexuell zurückweist, obwohl sie ihm nahe sein möchte und er das aber offenbar nicht will. Ja, das stimmt. Es wirkte so ein bisschen wie, ich will bei dir das haben, was ich bei den anderen nicht haben kann. Also so habe ich es gelesen. Ich muss auch sagen, ich war kein großer Fan von Bess Lermans Elvis, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn diese Filme total verschieden sind, dass es ein gutes Doppelfeature ist. Weil du bei Elvis ja auf eine andere Art und Weise erzählst, aber da hast du diese Figuren wie seine Mutter und diesen Manager, diesen ominösen Colonel Parker, von dem wir auch in Priscilla nie was sehen, sondern da wird immer kurz angedeutet, ja, der Colonel hat angerufen oder stellt keine Anrufe durch aus, es ist der Colonel. Ich glaube tatsächlich, das könnte ganz interessant werden, diese Filme back to back zu sehen, auch wenn es natürlich stilistisch komplett konträr ist. Es ist ein Priscilla-Film, aber wir müssen mal eben noch ein bisschen über Elvis reden. Nämlich, es war ja so, dass das Elvis Estate diesen Film nicht unterstützt hat. Ich glaube, im Film selbst hört man, glaube ich, einen Elvis-Song und da ist auch fraglich, ob der wirklich original Elvis ist oder nicht. Ich war gespannt, ob das gut geht, einen Elvis-Film zu erzählen oder einen Film mit Elvis-Thematik, ohne die Musik zu benutzen. Ich muss sagen, es hat ganz gut funktioniert. Ich fand es vor allem immer dann toll, wenn Coppola akronistische Musik benutzt hat, unter anderem von der Band Phoenix. Ich habe mal irgendwie aufgeschnappt, dass sie auch irgendwie mit einem der Bandmitglieder irgendwie verheiratet oder liiert war oder ist, ist ja egal. Ich fand den Film auf jeden Fall von dieser Art her, wie sie inszeniert, relativ gut gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich keine Elvis-Musik gebraucht. Und es gab im Film auch ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, sie ist so ein bisschen pflichtschuldig und rückt ihn so ein bisschen jetzt ins Rampenlicht. Und das sind Momente gewesen, die hätte ich auch nicht gebraucht. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich fand es so wohl, dass der Film sehr gut funktioniert hat, ohne Elvis-Musik ausführlich darzustellen, was auch daran liegt. Wir kennen diese Musik. Es ist jetzt kein obskurer Komponist, dessen Werk niemand mit Spartanwissen kennen würde, sondern jeder kennt Elvis-Songs. Man braucht das auch nicht, zumal es ja um sie gehen soll und nicht um ihn. Ich hätte mir von seiner Darstellung nicht unbedingt mehr gewünscht, sondern nur manchmal mehr Tiefe. Dass der Film da etwas mehr auch in das düstere bohrt und ich hatte das Gefühl, dass da mitunter auch vielleicht eine Scheuheit war. Man wollte sich mit dem Elvis-Estate nicht zu sehr anlegen und hat dann Elvis nicht ganz so negativ dargestellt, wie es wahrscheinlich der Realität entsprochen hat. Ich denke, er war da wahrscheinlich besonders auf psychischer Ebene noch weit missbräuflicher, noch weit aggressiver, noch weit manipulativer. Und er wirkt dann oft so wie so ein kleiner schmollender Junge. Das hat ein bisschen was Repetives und liegt vielleicht auch daran, dass der Darsteller hier einfach nicht so stark ist, wie Kainin Spaney. Spaney, Jacob Lordi ist solide, aber eben auch nicht mehr. Dann ist die Bühne jetzt ganz deine und du darfst dein Fazit fällen zu Priscilla. Ja, auch wenn ich ihn vielleicht in Venedig nicht mit Preisen überwäuft hätte, ist dieser Film absolut sehenswert. Er ist gerade in der Hauptrolle hervorragend gespielt. Er ist sehr geschickt, subtil und durchdacht inszeniert und hat eine vervorragende Hintergrunddramaturgie, was Farbe, Kulisse, Kostüme, Szenenbild angeht. Also schaut ihn euch an, lest vielleicht auch mal die Biografie, die Autobiografie von Priscilla Presse, die dem zugrunde legt und vor allem bezieht es ein in eure Überlegungen, wenn ihr euch, ich denke, ich muss jetzt nicht von bestimmten deutschen fragwürdigen Sängern die Namen nennen, die einem sofort einfallen, wenn man noch weit, 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 weit üblere missbräuchliche Konstellationen mit minderjährigen Menschen sich vor Augen hält. Bezieht das mal mit ein, was dieser Film dazu zu sagen hat und was er vermittelt. Es ist sicher gerade in diesem konservativen Umfeld von Venedig eine sehr angenehme Gegestimme gewesen, die, denke ich, weit mehr Punch hat, als es das niedliche, akkurate Äußere ernässt. Für mich war der Film einfach zu erklärtisch erzählt. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem, den ich habe. Er ist toll gespielt, vor allem halt die Hauptdarstellerin ist sensationell. Der Look ist wirklich toll, gerade im Kontext, wenn man darauf achtet oder wenn man weiß, wie teuer der Film war, denn das war ein ablohntes Ei. Ich glaube, für das, was Bess Dörmer da gemacht hatte, hätte Sophia Coppola gefühlt 30 Priscilla's gedreht. Aber ich finde, ihm fehlt auch so ein bisschen die Wuchtigkeit, so eine Kraft nach vorne. Kein schlechter Film, Gott bewahre. Wenn euch der interessiert, guckt euch ihn auf jeden Fall an. Und Sophia Coppola ist eh immer eine Filmemacherin. Da kann man, glaube ich, alles gucken. Es ist immer interessant, so auch Priscilla. Und damit bin ich hier derjenige, der diesen Film nicht ganz so gut findet, aber immer noch sagt, der kann man sich schon angucken. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und bei www.tele-stammtisch.de. Ich sage Tschüss. Ich sage noch, Stu has left the building und Lida, dir wird das letzte Wort. Macht's gut, Leute. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.